Heute habe ich die Ehre, mit einem ganz besonderen Gast zu sprechen, mit seiner Exzellenz Weihbischof Dominikus Schwaderlapp aus dem Erzbistum Köln. In der Osterwoche ist im FEE Medienverlag sein neues Buch erschienen, Meine Big Five des Glaubens oder Wieso der christlich-katholische Glaube für mich die beste Botschaft der Welt ist. Ihre fünf wichtigsten Kernaussagen wollen wir heute etwas genauer unter die Lupe nehmen und dazu begrüße ich Sie herzlich. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Sehr gerne. Herr Weihbischof Schwaderlapp, Titel und Klappentext lassen vermuten, dass Sie mit Ihrem Buch ganz gezielt das deutsche Top-Management erreichen wollen. Elevator-Pitch bedeutet ja das Kurzgespräch, dass Führungskräfte im Aufzug miteinander führen und auch das Buzzword Big Five stammt ja aus der Wirtschaftsprüfung. Haben Sie da eine Katechese für die Chefetage formuliert oder was hat es damit auf sich? Sie bringen mir jedenfalls da Neuigkeiten, die ich gar nicht wusste. Der Hintergrund ist ein ganz anderer. Bei einer Visitation hatte ich ein Gespräch mit einem Pfarrgemeinderat in Düsseldorf und am Ende der Sitzung kam eine Dame zu mir und sagte, Sie müssen mal einen Elevator-Pitch machen. Und was ist das? Ja, wo der Glaube so kurz gefasst zu finden ist, dass er im Laufe einer Aufzugsfahrt zu lesen ist. Und das fand ich eine spannende Herausforderung und habe mich einfach mal hingesetzt und mal fünf Punkte formuliert. Und die sind durchdacht und durchbetet. Und dann habe ich tatsächlich ein paar Tage später gesagt, hier habe ich mal die fünf Punkte. Und dann gab es eben Katechesen, die ich zu halten hatte, vor allen Dingen vor jungen Leuten. Und auch möglichst kurz gefasst und dann habe ich es immer wieder verwendet als Vorlage. Und daraus ist die Idee entstanden, da vielleicht wirklich ein Buch draus zu machen. Die Big Five, das ist ja fast ein bisschen allgemein gut. Der Titel kommt eigentlich daher, wobei, was ich nicht gedacht habe, wenn man eine Fotosafari in Afrika macht, dann muss man die Big Five gesehen haben. Ja, das sind eben besonders prominente Tiere. Damit hat man nicht die gesamte Tierwelt gesehen, aber doch entscheidend. Und das ist eben so die Brücke gewesen. Ja, es ist kein Glaubensbuch wie ein Katechismus, aber es soll doch die Kernpunkte des Glaubens darstellen. Also hat jedermann die Möglichkeit, die Eckpfeiler des christlichen Glaubens zu vertiefen in diesem Buch. Jetzt aber nochmal zur Chefetage zurück. Was meinen Sie, interessiert man sich in der Führungsriege heute überhaupt noch für den christlichen Glauben? Oder wurde er schon ab Akta gelegt? Das kann ich nicht so pauschal sagen. Es ist jedenfalls erstaunlich, in welche Gespräche man manchmal kommt. Ich meine, als Generalvikar war ich eingeladen bei einem Unternehmen, wo auch so die Führungskräfte zusammen waren. Da gab es eine kleine Pause. Ja, und ich bin eben als Priester erkenntlich. Und dann hat einer gesagt, ja, dass er auch christlich sei, aber eben evangelisch. Und dann hat noch ein anderer sich gemeldet. Jemals waren wir da, ohne dass ich irgendwas machen musste, in Gesprächen über Gott und die Welt. Also, das Schöne ist ja, der beste Verbündete für unseren Glauben ist der Mensch selbst. Weil wir ja alle das Abbild Gottes in unserem Herzen tragen. Deshalb glaube ich, ist jeder ansprechbar. Und ad acta legen kann man vieles, aber den lieben Gott nicht. Nicht. Sie sprechen es auch schon an. Die erste Kernaussage, die beschäftigt sich mit der Rolle Gottes als Schöpfer, der uns durch die ganze Zeit hindurch begleitet. Wie genau macht er das und wo ist Gottes Handeln innerhalb von Krisen zu entdecken? Da müsste ich ein wenig ausholen, um das einmal kurz auf den Punkt zu bringen. Ja, sehr holzschnittsartig. Also, Gott ist in sich Leben und Liebe in Fülle. Wir glauben an einen dreifaltigen Gott, in sich Gemeinschaft leben. Er braucht kein Leben über, um glücklich zu sein, um aus seiner Einsamkeit befreit zu werden. Und dennoch, Liebe will sich mitteilen. Und so hat Gott beschlossen, die Welt zu erschaffen und in ihr ein Wesen, das in der Lage ist, seine Liebe anzunehmen und seine Liebe zu erwidern. Um lieben zu können, muss man frei sein. Zur Liebe kann man nicht gezwungen werden. Liebe und Zwang scheiden einander aus. Deshalb haben dieses Wesen, was er erschaffen hat, Verstand, Wille, Gemüt, Freiheit, sich zu entscheiden. Wir sind also aus Liebe erschaffen und zur Liebe. Wir tragen sein Abbild in uns. Das wissen wir aus dem Schöpfungsbericht. Und wenn Gott die Liebe ist und wir in unserem Herzen sein Abbild tragen, dann sehen wir uns eben nach Liebe und sehen wir uns nach ihm. Gott ist nicht der, der die Welt so wie ein Fußball weggeschossen hat und sagt, jetzt zieht es zu, sondern die Weltgeschichte ist Heilsgeschichte. Und wenn wir die Heilige Schrift lesen, dann ist das eigentlich die große Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen. Der Mensch hat sich gegen Gott entschieden, dass seine Freiheit missbraucht. Gott lässt ihn dennoch nicht alleine, er begleitet ihn. Er sucht ein Volk aus, dem er sich in besonderer Weise offenbart. Und schließlich, in der Föde der Zeit, wie wir sagen, sendet er seinen Sohn, der Gott und Mensch zugleich ist und damit uns nochmal eine ganz andere Form der Begleitung schenkt. Gott führt durch die Geschichte und er lässt seine Welt nicht allein. Was Sie andeuten, wie ist das denn mit den Katastrophen? Die Frage nach dem Leid in der Welt, wie kann Gott zulassen, dass der Mensch auch böse ist? Gott hat einen unendlichen Respekt vor unserer Freiheit. Er nimmt jetzt menschlich gesprochen sein Projekt ernst. Denn wenn ich Liebe erbitte und Liebe anbiete, dann ist da auch die Möglichkeit drin enthalten, Nein zu sagen. So wäre es ja Zwang. Und die Welt, wo die Freiheit des Menschen ist, kann Sandkastenspiel, er nimmt das ernst. Er akzeptiert, er respektiert, er erträgt es, dass der Mensch sich immer wieder gegen ihn entscheidet. Und dennoch ist der Mensch nicht in der Lage, alles kaputt zu machen. Gott hat einen Plan für das Ganze. Das können wir uns natürlich überhaupt nicht vorstellen. Aber es gibt immer wieder Wege, wie Gott immer noch auf Gurbenzahlen gerade schreiben kann. Er respektiert den Menschen, auch wenn er Katastrophen verursacht. Aber er lässt den Menschen in den Katastrophen nicht allein. Davon bin ich überzeugt. Das kann ich nicht aus eigener Erfahrung so sagen. So viel, so ein schlimmes Kreuz habe ich in meinem Leben nicht tragen müssen bisher. Aber es gibt viele Menschen, die ein schweres Kreuz zu tragen haben und die mir so oft zu solchen Glaubenszeugen geworden sind. Im Zentrum der christlichen Botschaft steht Jesus Christus, der auf die Welt kam, der von uns gelitten hat, gekreuzigt wurde, auferstanden ist. Was bedeutet es ganz praktisch und konkret, mit Jesus befreundet zu sein im Alltag? Vor allem auch mit Blick darauf, dass er doch seit der Himmelfahrt aufgefahren ist, ich ihn wieder anfassen noch sehen kann. Und wenn ich von mir aus gehe, möchte ich mit meinen Freunden schon face-to-face sprechen und mit meinem besten Freund sowieso. Also wie kann das gelingen? Ja, das ist schon eine Freundschaft der besonderen Art. Aber vielleicht um die Bedeutung der Freundschaft uns zu vergegenwärtigen, noch ein Wort zur Menschwerdung. Also wir glauben, also Gott ist reiner Geist, unendlich, ewig. Der Mensch, zeitlich, mit Leib und Seele, begrenzt, schwach. Eigentlich passt das nicht zusammen. Und Gott nimmt aber jetzt Mensch-Natur an. Er bleibt Gott, er verliert seine Gottheit nicht, aber er nimmt in Jesus Christus Mensch-Natur an. Er verbindet sich unlöslich, untrennbar, unvermügt und unverwandelt mit der Menschheit. Ein unglaubliches Vorgehen. In der griechischen Philosophie ist sowas unvorstellbar. Alles, was irdisch, leiblich, erdhaft ist, das ist etwas, was den Geist hindert, zur Freiheit zu kommen. Nein, Gott nimmt eben die Mensch-Natur als Instrument, um sich in dieser Welt sichtbar zu machen. Das ist etwas Großartiges. Großartiges, ja. Paulus sagt, das ist für die Griechen eine Torheit, kann man so blöd sein, und für die Juden ein Ärgernis. Und das ist doch der entscheidende Kern der Botschaft, Gott ist Mensch geworden. So, und er sammelt Menschen um sich, die Apostel, die Jünger. Und er beauftragt sie, ihn weiter gegenwärtig zu machen. Gott will in dieser Welt immer, ja, durch menschliche Instrumente wirken. Das ist ein großes Geheimnis. Und am Abend vor seinem Leiden sagt er seinen Jüngern, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Ein Knecht weiß nicht, was der Herr tut. Ich habe euch Freunde genannt. Und das ist etwas Großartiges. Freundschaft ist etwas auf Augenhöhe. Gott begibt sich auf unsere Augenhöhe, um uns die Hand der Freundschaft zu erreichen. Ein Freund ist jemand, auf den man sich verlassen kann. Man sagt, den man auch nach zum Dreier noch anrufen kann. Christus ist immer online. Ein Freund ist der, der auch dann noch sich für einen interessiert, wenn er selbst davon nichts hat. Jesus Christus hat alles gegeben. Er hat sein Leben auf die schlimmste Art und Weise geopfert, auf die grausamste Art und Weise. Gott hat alles gegeben, um unsere Freundschaft zu gewinnen. Und man sich das bewusst macht. Und dennoch Christus sagt, er ist Freund. Ja, dann kann ich mit ihm reden wie mit einem guten Freund. Dann kann ich ihm erzählen, was los ist. Völlig distanzlos. Und zwar kann ich ihm meine Freuden, meine Sorgen, meine Unsicherheit, und ob das banale Dinge sind oder die großen Themen des Lebens, er interessiert sich für alles. Und wenn man sich ein wenig daran gewöhnt, in dieser Weise mit ihm zu sprechen, bekommt man vielleicht nicht unmittelbar eine Antwort. Aber auf eine bestimmte Weise antwortet er doch. Und das ist etwas wunderbares. Christ sein bedeutet zunächst einmal die Freundschaft mit Christus eingehen. Und im Alltag sieht es dann so aus, dass ich mich jetzt hinsetze und anfange, darum zu beten? Oder kann ich einfach währenddessen mal mit ihm reden? Also, Vorschlag fangen Sie an, morgens direkt mit einem kurzen Gebet, wenn man aus dem Bett fällt, sozusagen. Mein geistiger Begleiter hat mir das vor Jahrzehnten gesagt, dass, wenn er aufsteht, das habe ich mir zu eigen gemacht, kurz mal auf die Knie gehen und beten, ich will dir dienen, Herren. Das, was ich heute denke, rede und tue, will ich tun im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hat der Tag schon mal eine Ausrichtung? Gut, jetzt hängt das von den verschiedenen Frömmigkeitsweisen ab. Für mich ist das Stundengebet natürlich so, die Edpfeile und natürlich die tägliche Eucharistie. Aber eben auch da Zeit des persönlichen Gebetes. Aber auch, einfach sich auch die Zeit zu nehmen für diesen persönlichen Plausch. Man kann sich dafür auch so eine kleine Tagesordnung machen. Punkt eins, Dankeschön. Woher habe ich denn schon mal zu danken? Punkt zwei, Sorgen. Punkt drei, bestimmte Personen. Ich habe von einem Mal gelernt, da geht so eine WhatsApp-Kontakte immer wieder mal durch. Ja, und nicht viel, die Einzelnen. Gute Idee. Man ist da völlig frei. Und Gott, Christus spricht Ihre Sprache. Deshalb reden Sie so, wie es Ihnen einkommt. Das muss auch nicht grammatikalisch, hundertprozentig stimmen. Da kann ich auch mal verhaspeln. Also kein Problem. Als dritten Punkt Ihrer Top oder Big Five heben Sie hier vor, dass Gott uns von der Wiege bis zur Bahre innerhalb der Kirche begleitet und dass den Sakramenten hier eine ganz besondere Rolle zukommt. Was ist ein Sakrament und warum sind wir darauf angewiesen? Ja, die Sakramente sind etwas Großartiges, weil sich Gott unserer menschlichen Natur anpasst. Sie haben das eben gesagt, wir sind ja Menschen mit Leib und Seele. Und wenn wir Freundschaften legen, dann sind wir auch darauf angewiesen, jemanden mal zu sehen. Und Christus macht sich sichtbar. Aber das, sagt einer der Kirchenväter, was sichtbar war an Christus, ist übergegangen in die Sakramente. Ein Sakrament macht das Unsichtbare sichtbar. Die unsichtbare Gnade, die Gegenwart Gottes wird sichtbar gemacht, die Zuwendung Gottes. Und sie sind von Christus gestiftet. Also klassisch, ein Sakrament ist ein von Christus gestiftetes Zeichen. Und mit diesem Zeichen ist eine Gnade verbunden, die einem damit geschenkt wird. Mit dem Übergießen des Wassers und den Worten, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, sind sie wirklich zu einem Kind Gottes geworden. Und wenn wir in der Eucharistie bei der Heiligen Messe sind und der Priester sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, dann ist dieses Ich des Priesters, das Ich Jesu Christi. Und er ist tatsächlich derjenige, der dann Brot und Wein verwandelt in sein Leib und sein Blut. Das Unsichtbare sichtbar machen, das hängt mit unserer, damit antwortet Gott auf unsere menschliche Natur. Wir sind mit Leib und Seele. Unser Leib macht auch das Unsichtbare sichtbar. Also ich rede jetzt hier ein bisschen mit Händen und Füßen, weil ich natürlich meine Gedanken irgendwie sichtbar, hörbar, erlebbar machen möchte. Und dazu brauche ich Stimmbänder und dazu dient eben die Gestung. Die Sprache des Körpers macht eben das Unsichtbare, die Seele sichtbar. Und das ist jetzt in einer gottmenschlichen Weise in den Sakramenten Gegenwart. Und die verschiedenen Sakramente begleiten uns eben durchs ganze Leben. Also wir haben jeden Tag die Gelegenheit oder die Möglichkeit, Christus zu begegnen und zwar mit Leib und Seele. Das klingt ja fast so, als ob es Christen oder Katholiken in dem Fall leichter hätten, durchs Leben zu gehen anhand der Sakramente. Das finde ich auf jeden Fall. Also ich finde, man müsste mit dem Klammeraffen gepudert sein, dieses wunderbare Geschenk einfach beiseite zu schieben. In den Briefen des heiligen Apostel Paulus lesen wir, dass die frühe Kirche sich auch gezankt hat. Natürlich gab es da auch Meinungsverschiedenheiten, aber der Schwerpunkt lag doch darin, sich gegenseitig im Glauben zu bestärken. Wie kann bei aller Meinungsverschiedenheiten das Christentum heute trotzdem gelingen? Wie können wir Gemeinschaft leben? Also die Spaltungen schon von der apostolischen Zeit her bis zur Gegenwart ziehen sich durch. Und auch schon in der frühen Kirche gab es ganz große Spaltungen zu Kernfragen des Glaubens. Wer ist Jesus Christus? Ist er Gott ähnlich? Ist er Gott gleich? Ist er dem Vater untergeordnet? Ist er gleich ewig? Das mögen auf den ersten Blick theologische Feinheiten seines Erachtens, die Grundlage unseres Glaubens. Und darum wurde immer gerungen. Also Christus war immer umstritten. Und mir erscheint die Diskussionen, die wir gerade in unserem Sprachraum haben, die gehen nicht nur eben ans Äußere, sondern ans Innere. Dahinter steckt schon die Frage, wer ist Jesus Christus? Wenn er Gott und Mensch ist und Herr der Geschichte, dann ist das, was er eingesetzt hat, die Sakramente, das Petrusamt, von einer anderen Bedeutung, als wenn es nur ein Mensch wäre und die Kirche im Wesentlichen menschliche Empfindung ist. Also es ist, die Auseinandersetzungen, die da sind, die gehen schon sehr in die Tiefe. Was kann weiterhelfen? Ich glaube tatsächlich, die Besinnung auf Jesus Christus. Ich komme nochmal zu der Freundschaft mit Christus zurück. Wenn Menschen miteinander wirklich beten, nicht um irgendwie mal jetzt einen frommen Akzent zu setzen, damit die, die fürs Beten so brennen, auch noch zufrieden sind, sondern wirklich gemeinsam beten, uns Christus anbeten, dann, glaube ich, werden uns da auch Brücken geschlagen. Und würden Sie das auch Menschen raten, die ernstlich überlegen, aus der Kirche auszutreten, angesichts der Krisen, die gerade vorherrschen? Ja, das würde ich den Menschen raten. Und vielleicht da etwas aus meiner Sicht dazu. Ich bin leidenschaftlich gerne katholisch. Und ich war vor meiner Zeit als Weihbischof Generalvikar. Und als Generalvikar hat man auch mit allen Tiefen und Abgründen der Menschen zu tun. Auch der Priester und mit allen Schwächen, allem Versagen. Ich bin super gerne katholisch. Nicht, weil wir alle so toll sind. Sondern für mich ist es faszinierend, dass seit der Schaffung der Welt Gott sich nicht von seinem großen Projekt Menschen und Reich Gottes hat abbringen lassen. Und dass er immer wieder von Adam und Eva, über Noah und Abraham und Mose und die Propheten und die Apostel und bis heute uns erwählt hat, als Instrument, um in dieser Welt sichtbar zu werden. Und bei allen Abgründen, die es gibt, es gibt auch immer wieder großartige Glaubenszeugen. Und Christus hat die Kirche gegründet. Und durch die Taufe bin ich in diese Kirche hineingeboren. Und Teil in dieser Kirche, die die Gemeinschaft Jesu Christi ist. Und besinnen wir uns darauf, Christus ist der Bessere. Deshalb bin ich katholisch. Die letzte Säule Ihrer Katechese betrifft die Erfüllung des Menschen im Himmel. Gerade glaubensferne Leute sagen, dass sie doch ein erfülltes Leben hier auf der Erde führen. Wie geht es denn mit der christlichen Verheißung zusammen, wenn wir doch hier schon ein gutes Leben führen? Na ja, also da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Also ob sich die Menschen wünschen, dass das Leben hier endlos weitergeht. Also wirkliche Erfüllung finden wir hier nicht. Es ist auch interessant, ich meine, da lebt natürlich auch die Wirtschaft von, dass wir eigentlich unsere Wünsche unersättlich sind. Haben wir ein kleines Auto, möchten wir ein größeres haben. Haben wir ein Urlaubsziel in der Nähe, wollen wir eins weiter weg. Und so weiter und so weiter. Niemals wird der Mensch sagen, so, jetzt habe ich alles. Ich bin mit allem zufrieden, ich brauche nicht mehr. Sondern wir wollen eigentlich immer mehr. Und dieses mehr ist eben natürlich das Echo darauf, dass wir Abbilder Gottes sind. Und das Abbild sich nur mit dem Urbild zufrieden gibt. Zudem kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo es eben nicht mehr so glatt läuft. Irgendwann kommt das Thema Krankheit. Und irgendwann kommt auch der Tod. Und was dann? Und das ist eben die Botschaft, dafür ist Christus auch in die Welt gekommen, um uns eben das Tor zum Leben zu öffnen. Und das eben gegen das, was kommt, das hier nicht mehr als ein Vorspann ist. Also wenn man in Urlaub fliegt zum Beispiel, ja, und dann ist man am Flughafen und steht in der Schlange bei der Sicherheitskontrolle und, und. Und dann erträgt man das, ah, man hat das Urlaubsziel vor Augen, irgendwie geht das schon. Aber niemand käme auf die Idee zu sagen, also, es schön ist, am Urlaub ist, am Flughafen zu warten. Und dann kommt man irgendwann an das erträumte Ziel. Das ist ja meistens nicht so erträumt, wie man sich das vorgestellt hat. Und der Himmel, der ist aber so. Also gegen das, was wir hier erleben, ist das ein viel krasserer Unterschied als zwischen Flughafen und Urlaubsziel. In der kirchlichen Verkündigung wird ja kaum ein anderes Thema so stark gemieden, wie die Möglichkeit, das irdische Ziel, also den Himmel, zu verpassen. Wenn Gott doch das Heil aller Menschen möchte, ist dann der Himmel eigentlich nicht eine Art Automatismus? Wir sind wieder da, wo wir am Anfang angefangen haben, bei der Freiheit des Menschen. Und dass Gott eben unser Leben hier nicht als Sandkastenspiel sieht, sondern dass er uns wirklich respektiert, wenn wir auch in Freiheit bis zum Schluss gegen ihn entscheiden. Er möchte, dass wir in den Himmel kommen. Und jemand sagte mir, das fand ich ein sehr tröstliches Wort, gut, ruft dann einen Menschen zu, wenn es für ihn am besten ist. Er ist nicht wie der Jäger, der darauf aussieht, irgendwie Seelen abzuschießen. Er möchte unser Heil. Und dennoch respektiert er auch, wenn wir uns gegen ihn entscheiden würden. Ich hatte mal ein Gespräch in einem Haus für Jugendliche, für Mädchen zwischen 14 und 18, die Schweres erlitten haben zu Hause. Diverse Formen des Missbrauchs. Und sie wollten ein Gespräch mit mir. Und interessanterweise war da das Thema, wie kann denn Gott barmherzig sein? Wie kann denn der, dem er das und das angetan hat, na ja, auch im Himmel sein? Da war eher die Frage, wie ist denn das mit der göttlichen Barmherzigkeit zu verstehen? Das kann doch nicht sein. Die Hölle muss doch da sein. Und da hat es dann auch mir geholfen, auch die christliche Lehre über das Fegefeuer, über den Reinigungsort zu helfen. Wir werden vor Gott Rechenschaft über unser Leben ablegen. Und das wird nicht so sein, wie wir hier vor einem Gericht stehen, sondern wir werden im Angesicht Gottes unser eigenes Leben sehen. Das sind die liebenden Augen Gottes, mit denen er uns anschaut. Und dann wird uns aufgehen, wie konnten wir denn das oder jenes machen? Dann leidet man darunter buchstäblich. Und das ist eben ein reinigendes Leiden. Und das ist auch ein Leiden, was demjenigen zuteil wird, uns allen, wenn wir eben unser Leben sehen und auch da die dunklen und bösen Taten. Sie haben eben gesagt, dass wenn man sich bewusst gegen Gott entscheidet, dann vielleicht auch im letzten Moment vor dem Sterben, dass man diese Möglichkeit des Himmels ausschließt und an einen anderen Ort oder in einen anderen Zustand kommt, aus freien Stücken in der Ewigkeit, kann man sich dann nicht mehr umentscheiden. Also ist es damit endgültig? Die Zeit der Entscheidung ist die Zeit unseres Lebens. Wenn das Leben beendet ist, ist die Entscheidung gefallen. Das nützt auch nichts, das weiterhin auszudehnen. Aber unsere Bewährungsprobe ist eben hier dieses Leben. Aber wir müssen jetzt auch nicht in Angst verfallen. Also noch einmal, Gott will, dass heiles Menschen erbaut brücken. Und man sagt doch, dass es in der Sterbestunde Gott auch alle Gnaden gibt, die man nur sich denken kann, um eben da noch die Kurve zu bekommen. Und darauf vertraue ich, auch da sollten wir auch vertrauen. Es wäre aber vermessen zu sagen, ach, der liebe Gott ist schon beim Herzen, es ist egal, wie ich lebe. Das ist Vermessenheit. Welche Ratschläge würden Sie unseren Zuschauern mitgeben, damit es eben beim Schließen der Augen kein böses Erwachen gibt und man sich einigermaßen sicher sein kann, dass man gut gelebt hat? Mehr auf die Barmherzigkeit Gottes Vertrauen als auf die eigenen Kräfte und mehr auch auf die Stärke Gottes und die Gnade Gottes Vertrauen als auf die eigenen Talente. Und wir sollten ja eigentlich so leben, dass wir jeden Tag vor das Angesicht Gottes gerufen werden können. Und das Nachgebet der Kirche, die Komplett im Stundengebet, ist eigentlich das Sterbegebet. Man bekennt seine Schuld, man macht eine Gewissenserforschung, man legt alles in die Hände Gottes, in deine Hände lege ich mein Leben. Und ich glaube, es ist gut, so zu leben, dass man jederzeit gerufen werden kann. Dann müssen uns auch nicht irgendwelche Prophezeiungen von Weltuntergängen bange machen. Sollte uns ohnehin nicht, ja, was heißt denn Weltuntergang? Dass Christus kommt, das Bessere kann uns ja nicht passieren. Aber tatsächlich versuchen, in dieser Gegenwart Gottes zu leben, in der Hoffnung auch auf das Schöne, was uns da erwartet und da eben auch alle Kräfte für einzusetzen. Wenn ich das noch sagen darf, ich wurde auch mal beim Gespräch mit jungen Leuten gefragt, glauben Sie an ein Weiterleben nach dem Tod? Da sagte ich, ja, allerdings, dafür stehe ich auch hier. Und dann sagte der, ja, wie soll das denn aussehen? Wie ist denn der Himmel? Und ich hoffe, dass der Heilige Geist mir da geholfen hat. Ich habe ihm nämlich gesagt, also stell dir mal einen glücklichen Augenblick in deinem Leben vor. Ja, hatte er. So, und dieser glückliche Augenblick, tausendmal intensiver und ohne Ende, das ist der Himmel. Die Reaktion des Jungen ist ja voll krass. Das ist unser Ziel, voll krass. Um nochmal zum Elevator-Pitch zurückzukommen, den wir zu Beginn genannt haben, was macht denn jetzt den christlich-katholischen Glauben für Sie persönlich zur besten Botschaft der Welt? Alle fünf Punkte zusammen, die Freundschaft, die Christus uns anbietet, die Begleitende, die er uns schenkt, eben in den Sakramenten ganz besonders als die Eckpunkte meines Alltäglichen, meines ganzen Lebens, die Perspektive auf den Himmel und nicht alleine unterwegs zu sein, sondern gemeinsam und die Welt zu sehen als ein Geschenk Gottes, das uns anvertraut ist, dass wir nicht ausbeuten dürfen, sondern dass er der Schöpfer ist und der uns diese Welt in die Hände gelegt hat, damit wir gut in ihr leben und sie auch bebauen, aber eben nicht zerstören. All das zusammen, die beste Botschaft. Vielen Dank, Herr Weihbischof Schwaderlapp, dass Sie uns Ihr neues Buch in aller Kürze vorgestellt haben. Sehr gerne. Vielen Dank.